Photoshop 2024 ist da und bringt einige Neuerungen mit sich. Welche das genau sind, schauen wir uns in diesem Video an. Wir starten mit dem generativen Füllen und Erweitern. Diese Funktion ist jetzt nämlich offiziell aus der Beta-Phase draußen. Das bedeutet, wir können jetzt eben in der normalen Photoshop-Version Bereiche generativ ausfüllen lassen, so wie man das eben schon aus der Beta-Kante. Heißt, wir können links eins unserer Auswahlwerkzeuge verwenden, zum Beispiel das Lasso-Werkzeug und hier freihand erstmal einen Bereich auswählen. Anschließend sehen wir hier diese Leiste. Voraussetzung ist, dass ihr die kontextbezogene Taskleiste auch eingeblendet habt. Das funktioniert, indem man oben auf Fenster geht und dann hier ganz unten die Taskleiste eingeblendet ist. Das ist Voraussetzung, wie gesagt. Dann können wir hier auf generative Füllung gehen und diese generative Füllung, die beherrscht mittlerweile auch über 100 Sprachen, darunter natürlich auch die deutsche Sprache. Heißt, wir können hier auch ein deutsches Wort wie eine Schüssel eingeben und dann auf generieren drücken, um den Bereich ausfüllen zu lassen. Und wie man das bisher schon kannte, werden uns drei Ergebnisse erstellt, durch die wir uns hier durchklicken können. Wir sehen hier verschiedene Versionen von Schüsseln, die jetzt hier auf diesem Tisch platziert werden und wir können natürlich auch immer wieder auf generieren drücken und uns neue Versionen erstellen lassen. Bei dieser Taskleiste hat sich noch was verändert, nämlich lässt sich diese jetzt fixieren. Bisher war es ja immer so, dass wenn wir irgendwo arbeiten und zum Beispiel hier eine Auswahl erstellen, dann springt automatisch die Taskleiste dorthin. Man konnte sie zwar schon fixieren, allerdings nicht dauerhaft. Das hat sich jetzt eben geändert, nämlich ist es jetzt so, dass wir hier die Taskleiste irgendwo hin platzieren können, zum Beispiel oben rechts, dann auf das Symbol mit den drei Punkten gehen können und hier die Leistenposition fixieren. Und diese Position, die wird jetzt auch beibehalten, selbst dann, wenn wir Photoshop neu starten. Dieses Problem ist also damit behoben. Außerdem ist natürlich auch das generative Erweitern jetzt in der normalen Photoshop-Version verfügbar. Das funktioniert ganz einfach so, dass wir hier auf das Freistellungswerkzeug gehen, dann einen Bereich um unser Bild drum herum aufziehen, also hier zum Beispiel ringsherum einfach ein bisschen den Bereich vergrößern und jetzt wollen wir den ausfüllen lassen. Das wieder hier in der kontextbezogenen Taskleiste. Hier können wir etwas eingeben, was generiert werden soll oder wir lassen den Bereich leer und drücken auf generieren und Photoshop erstellt dann etwas, was eben zum restlichen Bild passt. Und auch hier kriegen wir natürlich wieder drei Ergebnisse. Wir sehen hier auch ein ziemlich gutes Ergebnis. Der Bereich wurde hier sehr sinnvoll eben ausgefüllt, passend zum restlichen Bild. Hier noch die weiteren Ergebnisse. Allerdings gibt es auch eine schlechte Nachricht zum generativen Füllen. Nämlich ist die Auflösung immer noch beschränkt auf 1024x1024 Pixel. Das heißt, wenn wir hier einen sehr großen Bereich jetzt ausfüllen lassen, wie ich es bei diesem Beispiel mal kurz tun werde, dann werden wir hier einen Unterschied in der Auflösung erkennen können. Nämlich wenn ich jetzt mal hier ganz nah heranzoome, dann sieht man das in diesem Beispiel sehr deutlich. Hier links war das Originalbild. Rechts ist der Bereich, der generiert wurde. Ja, von weiter weg erkennt man das nicht, aber wenn man genau hinschaut, dann ist es eben doch sehr deutlich zu sehen. Da hat man ja gehofft, dass das verbessert wird, sobald das aus der Beta rauskommt. Bisher ist das aber leider nicht geschehen. Wie man das Problem so ein bisschen umgehen kann, habe ich schon mal in einem Video erklärt, nämlich in Tipps und Tricks zum generativen Füllen. Aber natürlich schade, dass das hier immer noch beschränkt ist. Was jetzt auch wissenswert ist, ist nämlich, dass die Arbeit mit KI-Funktionen in den Bildinformationen abgespeichert wird. Das bedeutet, haben wir in einem Projekt KI-Funktionen verwendet, wie in diesem Projekt hier und wir wollen das Ganze dann exportieren. Das mache ich mal oben links auf Datei, dann hier auf Exportieren, Exportieren als und dann kommen wir hier zu den Export-Einstellungen für unser Projekt. Was hier auffällt, ist, dass wir hier unten einen Bereich haben, Inhaltsurhebernachweise und wenn wir da mal genau reinschauen, dann sehen wir, auf dieses Bild wird ein Inhaltsurhebernachweis angewendet, da es mit generativer KI erstellt wurde. Wir können hier mal auf die Vorschau drücken, wie das Ganze dann aussieht und da sieht man eben, dass hier in den Informationen dann einfach drinsteht, dieses Bild kombiniert mehrere Inhalte. Mindestens einer davon wurde mit einem KI-Tool oder Algorithmus generiert. Das verwendete KI-Modell, Adobe Firefly, steht auch noch mit drin und das soll einfach für ein bisschen mehr Transparenz sorgen, damit eben Inhalte, die mit KI geschaffen wurden, besser erkannt werden können. Ist an sich, denke ich, eine ganz gute Sache. Das jedenfalls auch wissenswert dazu. Adobe geben auf ihrer Internetseite jetzt außerdem an, dass die generative Füllung ab sofort auch kommerziell verwendet werden darf. So jedenfalls wird es hier beschrieben. Den Text dazu blende ich euch hier gerade ein. Außerdem gibt es eine Neuerung beim Entfernen-Werkzeug. Das ist ja schon eine ganze Weile in Photoshop verfügbar, basiert ja auch auf KI. Dieses Werkzeug, das finden wir auch in der linken Leiste hier unter diesen Reparaturpinseln, da ist auch das Entfernen-Werkzeug mit drin. Mit diesem Werkzeug können wir einfach Bereiche übermalen, so wie hier zum Beispiel, und dann werden die anschließend direkt entfernt. Ja, das funktioniert auch ziemlich gut. Ich wüge hier mal eine neue Ebene ein, in der ich das jetzt überarbeite. Was sich jetzt geändert hat, ist, dass wir Bereiche nicht mehr komplett ausmalen müssen. Stattdessen können wir die Bereiche jetzt auch einfach einkreisen. Ja, zum Beispiel dieses Fahrrad. Da male ich jetzt einfach nur noch so ringsherum. Ich muss das also nicht mehr komplett ausmalen, sondern kreise das einfach ein und ihr seht, schon wurde der Bereich ausgefüllt und das ganze Fahrrad wurde entfernt. Es ist sogar so, dass wir die Bereiche nicht mal richtig schließen müssen. Also wenn ich hier diese Lampe noch entfernen will, dann, ihr seht es hier, ich schließe die Form gar nicht richtig, lasse einfach los und der Bereich wird direkt erkannt, wird ausgefüllt und mein Objekt wird aus dem Bild entfernt. Ja, funktioniert also jetzt noch ein bisschen besser das Ganze, geht noch besser von der Hand. Auch hier eine ziemlich sinnvolle Neuerung. Und im Endeffekt waren sie das auch schon die bedeutendsten Änderungen hier in der neuen Photoshop Version. Zum Abschluss möchte ich dir noch zeigen, falls du nicht weißt, wie du die neueste Version installieren kannst, öffne dazu einfach die Creative Cloud App auf deinem Computer und dann gibt es hier den Reiter Applikationen oben in der Leiste. Du siehst das, hier links gibt es dann einen Punkt für die Updates und wenn wir da drauf gehen, dann wird dir hier angezeigt, welche deiner Programme du aktualisieren kannst. Und falls dir auch hier kein Update für Photoshop angezeigt wird, dann kannst du hier oben nochmal speziell nach Updates suchen und solltest dann eben Photoshop auf die aktuelle Version, in diesem Fall Version 25, updaten können. Photoshop 2024 ist also hier Version 25.0 in dem Fall. Das noch als abschließender Hinweis. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da und ansonsten hoffe ich, hören wir uns bald mal wieder in einem meiner nächsten Videos.